Yo, herzlich willkommen. Was für eine Begrüßung. Man sieht einen Po. Oh, ich bin ertappt worden. Ja. Hallo, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Yay. Part Nummer 5, Klass. Ja, genau, Part Nummer 5. Ach, das läuft ja wie am Schnücheln. Gut. Ja. Wir haben festgestellt, dass wir beide krank sind. Beziehungsweise ich habe meine Frau krank gemacht. Ich habe sie angesteckt. Ich habe hier so einen Buff drauf. Und ich bin infektet. Ich brauche Antibiotika. Jetzt werde ich mich mal ganz schnell auf die Suche machen. Also zur Wüste gehen und ein paar Pflanzen ranschaffen. Womit man das Antibiotika herrschen kann. War doch so, ne? Ja, Aloe Vera oder das andere Jucca. Ich glaube Aloe Vera. Ja, ich glaube Jucca auch. So, du hattest irgendwas gesagt. Du hattest hier die Spitzhacke. Wo ist die? Oder hast du sie wieder eingesackt? Ne, hier bei den Hacken. Bei den Spitzenwacken. Ah, okay. Da, dann nehme ich die Hacke mit. Ähm. Wasser kommt da hin. Wasser kommt da rein. Die Schaufel nehme ich auch mit. So, ich werde jetzt hier nicht großartig viel abräumen. Oder aufräumen. Ich werde jetzt einmal noch mal kurz... Ich benötige vorher unbedingt Wasserflaschen. Also... Lehm. Ah ja, ich kann am Wasser noch ein bisschen graben gehen. Ja? Ja, ich guck mal. Ich habe jetzt was gegessen und ich gehe... Ich mache jetzt einfach... Warte, bist du noch da? ...die Tour. Ja. Hier möchte ich hin. Geil. Blaubeerkuchen. Hau rein. So. Damit ich auch lange durchhalte, gibt es erstmal Blaubeerkuchen hier. Na, schmack auf Fatz. Da steigt das aber. Gibt eigentlich... Oh, 20. Das Kochen ist tatsächlich so. Äh, aufs Maisbrot. Äh, Wasserflaschen sind... Äh, weg. Nachdem man... Maisbrot oder den Kuchen hergestellt hat. Ja. Packt man in den Ofen und die Flaschen kommen nicht leer wieder raus, leider. Ne, die sind weg, ne? Das heißt, Wasserflaschen sind echt rar im Moment. Und um neue zu machen, benötigen wir Gussformen für die Schmiede. Das Flaschen Gussform. Ja. Ja, und Gussformen macht man aus Leben. Ja, und jetzt ist der Tom los und holt Leben. Der muss sich was schämen. Denn er pfiff gleich mit Leben. Das ist jetzt aber ein langer Weg. Mal sehen, ob ich, ähm, lebendig wieder nach Hause komme. Ansonsten kannst du dir einen neuen Mann suchen. Ich guck schon mal um. Ja, genau. Nimm den, nimm den Milchmann. Kannst aber lange warten, bis er kommt. Kann übrigens wieder rennen. Oh, oh. So. Hattest du ihm was gesagt? Ich war, das war gerade laut bei dir. Ich hab, äh, ich hab gesagt, ich kann wieder schnell laufen. Du kannst wieder schnell laufen? Eben konnte ich ein kleines Stück schnell laufen. Oh, okay. Aber nicht wirklich viel. Ich bin am, 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 am Limit. Ich beeile mich. Das Leben am Limit. Ja, das Leben hier fall am Limit. Bin jetzt unten bei der Stadt. Ja, klar. Ist meine Ausdauer auch erstmal unten. Gehen wir uns hier ein bisschen rum. Schauen uns die schönen Häuser an. Wir erinnern alles so ein bisschen an The Walking Dead. Danke, keine Walking Deads gesehen. Ja, die haben ja wieder Pause. Die haben immer so ein komisches Ritual. Das geht dann im Februar wieder los. Und dann ist auf einmal, ich glaube, dann ist Sommerpause. Und spricht schon wieder von Walking Dead. Ich spreche von Zombies in-game, dass ich lange keine gesehen habe. Ach so. Ach so. Na, aber ist okay. Die Serie ist ja auch cool. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt mehr Infos haben. Ja, ich will natürlich mehr Infos haben. Aber die Pausen sind tatsächlich wirklich lang. Ja. Weiß nicht, wann geht's weiter, hast du gesagt? Jetzt im Februar geht's weiter. Welchen genau, weiß ich nicht. Aber es geht im Februar jetzt weiter. Amazon Prime hat ja jetzt Staffeln 1 bis 4 schon drinne. Oh, cool. Mhm. Wobei, ich hab ja sowieso auf DVD. Die ersten zwei, ja. Ja, zwei leider. DVD, völlig überbewertet. Man hat ja Amazon. Ja, genau, man hat alles online. Es geht nur rum, staubt ein, worum ich mich dann wieder kümmern muss. Ja. So. Ich bin jetzt hier. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo... Da ist das Fähnchen. Ach nee, ich wollte ja... Du brauchst Lehm und, äh, wir brauchen Aloe Vera und so Kram da alles, ne? Ja. Okay, dann, ähm, hierhin. Dann mach ich das, äh... Ich hab eben um den See herum am Wasser gegraben. Ob da Lehm ist, ist nichts. Da ist nichts? Und darum. Hä? Nicht probenartig. Shit. Na gut. Oh, Eisen. Auch ein bisschen. Ich hoffe, dass ich unterwegs noch, äh, frisches Wasser finde, weil ich habe ja irgendwie nur Trübels Wasser dabei. Ah, ist nicht gut. Kann man natürlich auch trinken, aber ist nicht so gut. Oh, hier ist ein Zeltplatz. Ein großes, riesiges. Welches? Ich finde, dass du was Wichtiges. Da liegen Minen rum. Na toll. Jetzt sehe ich schon wieder, nach dem Adorafel am Boden liegen. irgendwo zerfetzt. Ich sehe mich auch schon in die Luft fliegen, aber es, es zieht mich irgendwie dahin. Nein, tut's nicht. Aber vielleicht kann ich die Minen aufsammeln. Der Zombie hat sich eben aufgelöst. Hey, mach seine letzten Worte. Okay. Ich gehe da nicht rauf. Ich. Pick up. Wieso kann ich nicht aufpicken? Ah, ich bin, glaube ich, voll. Okay. Gehe da nicht hin, Zombie. Ich will das, ich will, ich will diese Mine haben. Moment. Schönes Jagdmesser. Versuch's, den reinzuliehen. So. Ich hab keinen Platz. Ich hab echt keinen Platz. Mal das Gras weg, oder irgendwas? Ich verschritte. Ach, da. Boden-Schrupper. So, ähm. Schmeiß Gras weg. Hat sie gesagt. Verrottetes Fleisch. Komm, das ist mal weg hier. Äh. Gut. Hab ich mich erschrocken. Zombies rennen jetzt alle da. Zu den Minen. So, ich hab jetzt eine Mine aufgesammelt. Deck der? Ja. Noch eine. Mama, es gibt heute Minen. Wann das Essen? Äh. Nicht wirklich. Mhm. Aber damit können wir uns ein paar Zombies so vom Heiz halten. Das. Sandsäcke. Aha, ich kann hier Sandsäcke mitnehmen. Willst du Sandsäcke haben? Ja. Ich hab keinen Platz mehr. Okay. Okay, ich, äh. Ich muss erst mal hier gucken. Geh weg. Scheiße. Bist du tot? Nee, noch nicht. Ach, fast. Okay. Da war ein Brandopfer. Der hat mir ja eins rübergegeben. Ach, vorbei. Die müssen wir immer noch eingeben. Das ist echt zum Knödeln. Ich habe, was ist das? 20 Sekunden ist gleich vorbei. Ich muss Platz machen. Ich muss echt Platz machen. Hier, weißt du was? Scheißegal. Das Holz ist nur eins. Kaffee kann auch weg. Braucht echt Platz. Ich weiß nicht, wie so von nichts gut. Bestgestellt, dass Kaffee gar nicht bringt. Nee. Im Moment jedenfalls noch nicht. So, wir haben Weidbret. Ich bin tot. Na toll. Na toll. Ganz großes Kino. Extrem großes Kino. Aber das ist nicht schlecht, weil jetzt bin ich zu Hause und kann mich etwas leer machen. Ach ja, meine Frau hat gesagt, ich soll die immer da hinpacken, wo die Sachen reingehören. Bloß ich vergesse es immer wieder. Was denn? Ich brauche eine Tom-Truhe, wo ich alle meinen Scheiß reinpacken kann. Das kommt da rein. Bonbondose kommt da rein. Blei. Kommt da rein, links. Blei kommt hier rein. Da, Eisenrohr. Papier ist da auch drinne. Sehr schön. Kommen hier auch Bücher rein? Egal. Die verbrenne ich. Was? Es sei denn, man kann sie lernen. Ja, ja, die kann man lernen. Da ist einmal schon wieder die Schmiede, aber das haben wir schon. Ja, dann verbrennen wir die auch. Und einmal Pistolenbogen. Hast du Lehm? Nein, ich habe noch kein Lehm. Hast du Lehm? Ich habe noch nicht meine Waffe. Hast du trübes Wasser? Hast du Wasserflaschen? Ja, ich habe trübes Wasser hier. Willst du es haben? Da kommt einer. Wo? Perimos. Ah. Kennen wir den nicht? Logi. Logi? Logi TV. Wir chatten nicht. Wir registrieren dich und wir freuen uns. Ja, hallo. Haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Ich habe dir da das Wasser hingeschmissen. Okay, warte, warte, warte. Dafür kriegst du von mir, äh, dieses Wasser. Beide Stück. Danke. So, auf geht's. Rucksack holen. Lehm holen. Äh, Pflanzen holen. Ich bin überfordert. Ich würde dir helfen. Ich kann nur noch schleichen. Ich bin so fertig mit meinem, ich bin am Ende meiner Kräfte angelangt. Ach, nö, nö. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ich, ich beeile mich schon. Und dann, das geht dir nachher wieder besser. Aha. Ja, jetzt bin ich auch wieder außer Atem. Sind aber doch relativ wenig Zombies so unterwegs. Kann man eigentlich nur die getrackten Leute sehen? Die was? Also nur die entweiteten Leute sehen? Ja, ja. Weil die, die Map ist groß, wer weiß, wo er ist. Ich glaube, die... Also, wir wohnen halt nördlich der Stadt, ne? Zombie hat sich einfach auch... Ja, die Zombies lösen sich irgendwie mal auf. Wir haben Angst vor dir. Aber eben nicht alle, leider. Nee, leider nicht. Ja, man muss erst, äh, entweiten. Entweiten und dann kann man auch tracken. Kann man chatten? Ja, mit der Taste Tee. Oh Gott, das hab ich nicht umgeschaltet. Ja, das ist ja ganz schlecht. Na, ich sag ihm mal Hallo. Ja, genau. Da treibt sich irgendwo so ein Mistvieh rum wieder. Solange hier keine Hunde sind, ist alles in Ordnung. Ja, toll. bitte nein ja ich werde gleich sterben das weißt du natürlich auch gar nicht mehr wo oder hast den wegpunkt gesetzt ich hab mir wegpunkt gesetzt ich weiß wo ich krepiert bin das war schlecht toll danke das war schlecht du musst sagen das wird schon wieder hast du trotzdem gut gemacht du hast den ipod wieder nicht gestellt herrlich ich bin halt nicht gut da ist echt verlass drauf dann gib mir gleich die zeitmaschine da unten du hast auch nicht offiziell stark gesagt ich habe stark gesagt ich habe ich habe ich habe stark gesagt wie das ist sehr hart diese scheiß hunde ich hasse die ich hasse es müll zu durchsuchen ich hasse es keine ausdauer zu haben der hat das unterwegs hier big dislike echt extrem ist das rucksack ja ach so den haben wir wahrscheinlich irgendwie schon gelootet das gute ist meine infektion ist weg dank meines todes wieso wieso ist der hund wieder da kann ich sein der ist bestimmt wieder nur ein bug ja der hat sie schon aufgelöst ist ja echt scheiße ich glaube da hinten steht Tom naja wo steht Tom hinten glaube ich wieso bist du hinter mir her ja wollte ich eigentlich wollte dich retten aber wenn der hund sich jetzt aufgelöst hat gehe ich jetzt straight zum wasser weil ich weiß dass es da leben gibt ich weiß es einfach ich muss da muss das leben geben da gibt es bestimmt leben jeder mal ja geh du mal zum leben das kriegst du schon hin wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin bin souverän in die falsche richtung gelaufen die frauen hat das doch so irgendwie ihr habt ja nicht so ein gps hast du mich ausgelacht nein so wo bin ich jetzt und unglaublich da ist ein zeltplatz aber ich glaube den hatte ich schon geplündert gut 30 Dann geht es mir jetzt auch schon ein bisschen besser. Ich hoffe nur, er joint und left ist jetzt nicht andauernd. Nur um sich bemerkbar zu machen. Ja. Wie mein Bruder, ne? Wir wissen, dass du da bist. Es ist gut. Ja. Wir können nur leider im Moment nichts tun. Wir sind nicht selber am Verrecken. Elendig. Ich bin tot. Schon wieder? Nein. Also immer noch. So, ich hoffe, ich finde das jetzt hier. Ähm, wo war der Zeltplatz? Genau. Den hatte ich nämlich nicht markiert. Aber der ist hier vorne, glaube ich. Da ist er. So, dann holen wir mal. Ich gehe da mal. Den Rucksack. Du gehst ja mal. Ja, mal den Rucksack wiederholen. Ach so, ja. Das war schön. Ähm. Du bist eine dumme Dreckstöhle. Ja, das sage ich mir auch. Ich glaube, ich... Du dumme Dreck. Äh, mein Rucksack ist weg. So, aber ich denke, so... Die Zeit ist doch gleich rum. Ja. Da ist mein Rucksack. Ach Gott sei es. Hast du ihn? Ja, ich habe mein Rucksack wieder. Ja, ich bin noch on Tour. Ich werde meinen auch wiederfinden. Ganz bestimmt. Ja. Ähm... Ja, da ich nicht weiß, wie viele Minuten ich es jetzt schon aufgenommen habe... Das ist reichlich. Es hat schon Tode ohne Ende gegeben. Ja. Dann, ähm... ist dieser Part hiermit mal wieder beendet. Ja, bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.